Der Deutsche vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Ein Wahnsinnschuss aus dieser Entfernung. Kaum eine Chance für den Torwart. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Und hier nochmal das Tor aus anderer Perspektive.